Was habe ich jetzt gerade eingespeatet? Um was 2 von 5 Was ist denn jetzt explodiert? Ja, aber er hat 2 gekillt Ja, da kommst du ja zu dem Typen gehen Ich bin jetzt hier unten irgendwo Jetzt muss noch die westliche Zeit um hier zu farmen Und halli hallo meine lieben und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Skywalker Saga und deine Figur läuft wieder weg Der Kontroller ist riesig Freut uns, dass wir mal wieder aufnehmen können Folge 13 ist es inzwischen Wir haben uns mal wieder zusammengefunden Und richtig Bock Auf diese Aufnahme Und ja genau Der Kuku Fabio ist auch dabei Den seht ihr ja in der schön schicken Kamera Ausnahmsweise mal ja Wir sind auf Mos Espa Und unsere Aufgabe sind Albträume Wir sind in Watos Lan in Mos Espa nach Anakins Mule Ja, genau Dieses für das Spiel Genau Wir werden das mal machen, oder? Boah, was ist das hier? Ist das ein Rennen? Wohin soll es gehen Hey Schade Schade Entschuldigung Ich muss kaum Lass uns da hingehen Ja, wir gehen erstmal hin Ja Wir werden weiter in diese Linie gehen, dass wir erstmal die Story spielen Genau Und dann vielleicht wenn wir danach dann noch Lust haben So auf dem Weg halt alles mitnehmen Genau Und dann im Nachhinein nochmal so vielleicht die Steine sammeln und sowas alles Wer ist da? Hände weg von meinen Waren Es sei denn Oh Bam Ähm Annie? Der kleine Annie? Na du bist aber in die Höhe geschossen Und ein Tebel Kaum zu fassen Meine Mutter Wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft Vor Jahren schon An einen Feuchtfarmer namens Lars Geschäft ist Geschäft Hä? Wo ist ihre Farm? Oh Ein gutes Stück weg von hier Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf Evapulatoren Hier finden sie schon Hm Okay, damit haben wir eine neue Aufgabe Such bei der Feuchtfarmer Name der Jung Jund Jund Das Ding heißt so Dafür kann ich nicht Hat der Jundland Schüsse weiter nach Anakin's Mutter Ach Rudi Ab zum Feuchtfarmer Geil Oh Jund Jetzt sind wir ja Wir sind So Ja Ähm Ich denke immer ich bin nicht mehr auf Kurs Ich muss mal hier suchen Da muss ich lang Vielen da Bis hier Genau Alles auf den Weg nehmen wir natürlich mit Naja Das ist hier drinne Wir sind bereits millionär Ja wir wollten ja eigentlich da diese doppelten Steine da holen aber das hat ja nicht funktioniert weil wir dazu noch was brauchen Es fehlt noch eine Sache ja Ähm Warte oh sorry Jetzt wollte ich gerade noch mal gucken was wir dafür noch brauchen Ähm wo waren das ähm Erstmal wieder reinkommen hier ne das ist ne Herausforderung Hier genau Steinchen mal zwei gebrochen dafür dieses komische Ding da Ja Was ist das überhaupt schon wieder Was auch immer das ist Ja Das rote Magen ist der Höhe Warum sind noch rote Punkte Der will hier auf Stress haben Was ist das richtig aus Das sind ähm Datenkarten Weißen wie es spielt Geh zu HTTP Legal Survey Hmhm Teil um deine Meinung Um einen Code zu erhalten Hast du jetzt von der Idee Nee Ja Ja Ich glaube diese Datenkarten Ich glaube diese Datenkarten Was ist das Warum kommen hier so viele Gegner auf Diese Datenkarten äh Wow Hä ich will doch nur da wo wir jetzt sind in die Karte gucken Das ist die Frage gibt es hier so ein Ding Da guck mal Datenkarte Kann ich ein Zielort Ich versuch da mal hin zu gehen Gucken ob ich da was kriegen kann Kann ich da was kriegen kann Wie schön ist das Ähm Ich muss jetzt erst mal um mich orientieren Sorry Leute Wir müssen erst mal rein Komm wieder in das Spiel Jo Wir haben ein paar Wochen her Die letzten Aufnahmen Nee Das kann doch nicht hier schon sein Oder Wo ist meine Karte hier Ja Wir sind hier Ja Nee Ich reisen Wo ist die Karte Hier und dann musst du Du musst hier Und dann vier Genau Dann musst du da wo wir sind Ah nee Wir sind doch mal erst mal rein Ah Ich bin da Ich will das Ich will hier oben hin Aha Wo bin ich denn da Ah Ich muss es gedrückt halten Überstein 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 Guck jetzt wird es mir auch angezeigt Ach da bist du Ja wo Da Nee Gespräch ist hier Alles Guck mal Ob wir die kriegen können Weil das wäre schon ganz cool Wenn wir diese Münzboni sammeln können Damit wir mehr Kohle kriegen Ja ja das ist ja schon ne Digga wie meine Figur rennt Da war die Worte Ja ja Kannst du da rein? Jo Vermutung mal dass wir hier rein müssen Ja Ich glaube da kommt man nicht rein Ne Aber jetzt sagt er raus Geh da mal rein Geh da mal rein Nochmal Warte Ging ist halt wenn ich reingehe Ne 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 Was ist da Ne Es muss da aber drin sein Ja oder wie da Warte geht er nochmal rein Jetzt da Ah Ja 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 Geil Das heißt wir können Eine Datenkarte Das heißt wir können das jetzt holen Wir sehen Dann hol ich das oder? Ein bisschen ne? Einmal zwei Einmal zwei també Einmal zwei Unser ganzes Geld egal Ja Okay Das heißt Jetzt kriegen wir alles doppelt Schonmal Ja Ja Mal zwei Da oben steht Geil Nice Manchmal hast du dich hier sehen Jawoll ok Cool dann haben wir das Das ist geil Dann können wir jetzt mal richtig schön Hier in diese Folgen starten Von da kann man ganz so witzige Extras feuchschalten, ja ja. Einsteigen. So, wir müssen wo? Wir müssen da einsteigen. Dann gehen wir mal los, wa? Wohin soll es heute gehen? In die Jundlandwüste. Gute Reise. Äh, tschau. Nimmst du mich mit? Na klar, immer. Willkommen in der Wüste von Toturin. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand mag. Und ja was. Wir haben neue Aufträge. Aber unser wichtiger Albtraum ist nach wie vor Albträume. Ja. Wer hier? Ich will den Quatsch. Ist auch irgendwas. Oh. Wie braucht man dafür irgendeinen Bösen? Naja. Ich hörte hier gäbe es Energiewandler zu kaufen. Kam extra. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand gelangt wirklich überall hin. Was für ein Schlamassel. Also ich bin jetzt hier bei den Typen. Wo wir dann... Jetzt wieder der Albtraum schön um äh... Was ist das jetzt hier? Jetzt können wir hier Sternschiffe... beordern. Will ich jetzt hier die andere? Warte, ich gehe vorher nochmal hier rein. Bisschen fahren. Ähm. Oh. Kann man zwar runtergehen? Oh. Was stimmt alles hier? Oh. Oh. Keine Ahnung woher ich lang kann. Keine Ahnung woher man hier... lang kann. How much? Oh. Und so was hab ich jetzt grade Üованgesache. Und was? 2 von 5. Oh. Hast du denn jetzt explodiert? Ja, ich hab erst wo gekillt. Ja, ich geh mal in die Richtung. Ja, da kannst du ja zu dem Typen gehen. Ich bin jetzt hier unten irgendwo. Jetzt muss noch die westliche Zeit um hier zu farmen. Hm. Aber das war ja eigentlich nicht unsere Intention. Nein, oder? Was ist das hier? Oh. Ah ja, okay. Hier ist jetzt nichts mehr. LOL. Was ist hier drinne? Was ist hier drinne? So, ich kann das hier aufmachen. Ja. Geil. Aussteigen. Boah. Easy Zugang verschafft hier rein. Verpasst wer draußen bei den Typen? Ja. Ja. Fokus mal. Ja. Was ist denn das Ding hier? Uh. Ja, wer kann denn das aufmachen? Muss das ein Droide machen? Ja. Dann kann ich auch einfach erst wo des von nehmen. Ne, du musst den Bösewicht nehmen. Ne, das hier ist doch nichts rotes. Doch. Du hast doch da diese, diese Symbole. Geh mal nochmal wo du eben warst. Charakterauswahl. Hast der links? Hast du diese Felder. Guck, du brauchst. So, der Bösewicht. Wir haben keinen. Schade. Den brauchst du. Ja. Ja, doch. Hier ist doch einer. Ah. Okay. Fine. Good job. Mate. Boah, komm ich gar nicht klar auf soe System, Alter. Aber wieso sagt der, dass wir null finden? Ja, wahrscheinlich haben wir null in unserem Trupp, halt. Ich weis. Ich weis. Ich habe Flache. Ja, okay. Na ja, gut. Dann ... Okay, na ja, gut. Ich weis. Ich weis. Das Homeschiff ist einfach respawned und auf hier drauf gelandet. Hm, der Schein. Was hast du? Ok, dann weiter. Joa, ma-ma-ma-ma-way, Danny. Ups. Weißt du nicht, dass du kein Leben mehr hast? Drei PO? Der Hersteller. Obermeister Annie. Ich wusste, ihr würde zurückkehren. Own Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise gefällt dir nicht, was du dort vor findest. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Machst du gar nichts. Denkst du jetzt den 3 PO hast? Oh, nee, sieh mal. Los, Draco. Du kommst mit mir. Jawoll. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt straight die Story, oder? Ja. Damit man nicht rauskommt. Echt? Das ist ein Taskenräuberlager. Hier leben nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder. Was für ein faszinierender Haufen. Ganz auf der Herzen. Ganz auf der Herzen. Dafür habe ich den angequatscht. Tja. So. Hä? Was ist denn hier, oder was? Der Toskenrau. Oh. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum konnte ich sie nicht retten? Okay, hier haben sie es stark gekürzt. Herr Nicken, mein Landstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopfgäste für Jumbofett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Klon-Einrichtung auf Camino. Dann zu den Ruinen-Gießereien auf Dianotis. Camtoku stellt dort eine Ruinen-Anwäh zusammen. Warte. Anakin. Bleib, wo du bist. Beschütze die Senatoren. Koste es, was es wolle. Wir werden uns um Contenku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du froh hast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Ich werde auf Dianotis abschütteln, um dich zu beschützen. Okay, das Notsignal. Hattel, pass Meister, wenn du gehört. Er hat mir ausdrücklich befohlen, hier zu bleiben. Indie Fatrick, auf Dianotis. Er hat dir ausdrücklich befohlen, mich zu beschützen. Geo-Van. Los, gehen wir! Obi-Wan ist in Gefahren. Es wurde schon auf dem Lockdown ausgeführt. Die Solange hat sich ein Neues herausgeführt. Alles klar. Das ist jetzt. Okay, dann los. Nice. So, da ist doch irgendetwas da. Okay. So geht noch. Wo ist das? Ich habe keine Kanonen? Kann ich mal schießen, Mann? Riechst du die ganze Zeit die Kack-Sachen? Ähm, ja, dahin? Was tun wir da hin? Ja, wo ist das, ne? Das nächste gar... Ja, drüber hin vom Berg. Nein. Kann auch hin. Das ist ja dieses Rennewinter. Ah, ich habe beschossen. Ich weiß noch was man da machen muss. Ich darf mit dem Schinken fliegen oder wie? Nein. Schau dir hin. Ii? Ich habe erst mal... Das den Punkt verpasst oder so? Mist. Das ist irgendwie ganz komisch gesetzt, ne? Ja. Das ist irgendwie ganz komisch gesetzt. Wenn du die einsammelst, dann gehen die bei mir weg, verstehe. Deswegen. Boah, Digga. Ey, was für verloren. Kaputt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Wie dumm. Okay. Nicht nochmal, oder? Ja, okay. Oder willst du nochmal? Ja, das einmal noch probieren. Keine Ahnung, aber... Das ist so komisch. Okay. Okay. Oh! Juhu! Hey, jetzt sind die irgendwie direkt aneinander. Oh, gar nicht da gerade. Hey! Wie dumm! Achso, das ist... Versteh's nicht. Versteh's auch nicht. Warum hast du jetzt verloren und nicht gewonnen? Lass! Das... Das macht keinen Sinn. Wie ist das die verbotes Ding? Nein! Raubenschlacht! Oh! Willst du das nicht nochmal spielen? Zwei gegnerische Parteien liefern sich einen Kampf, wie leider eine Seite und dafür... Oh... Ja... Ohne Waffen macht das jetzt nicht unbedingt... Nicht unbedingt Sinn. Ihr könnt uns nicht besiegen! Wir sind viel mehr als hier! Scheiße, ich hab... Digga, ich hab... Ich hab nicht mal Waffen gerade. Wieso nicht hier durch Scheiß-Kampf? Ja... Alle Schiffe, Angriff! Ja, komm ich drin ja raus. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komm da jetzt nochmal raus aus. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Ich bin irgendwann... Wenn du da durchfliegst, dann sind wir in einer Raubenschlacht. Ahja... Raubenschlag verlassen. Cool. Grüß! Mach dich bereit an einer Raubenschlacht! Was ist das? Ja... Ja... Ich kann auch weitermachen. Aber wie viel haben wir alleine hier im Weltraum machen können? Ja, das ist mega! Aber ich fühl's krass! Cool! Wir landen und dann war's das mit der Folge! Geo-Nu-Ss! So! Warte! Was ist die Aufgabe? Das Notsignal! Wir waren aus der Droidenfabrik auf Geo-Nu-Ss! Und mit diesen Worten, Freunde... Du sollst das erstmal von dieser Folge gelesen sein! Ja! Und... Ja! Danke uns fürs Zuschauen! Und freut euch auf die nächste! Bis dahin! Und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!